Ich bin also das Produkt deiner einzigen heißen Nacht? Nein, das Produkt deiner künstlichen Befruchtung. Ma, du warst bei einer Warmband? So was ist armselig. Ja, ja, ich hab dieses Sperma gekauft. Ich hab das Beste verlangt, das sie hatten. Nämlich schwarz, super klug und nicht so groß. Hallöchen, kann ich dir helfen? Hi, ich suche einen Hal Jackson. Kleines, den hast du gefunden. Halbert Jackson? Sitzt leibhaftig vor dir. Sie sind weiß. Warte doch mal, was soll das heißen? Weiß, er ist weiß. Richtig weiß, weiß? Weiß, weiß, weiß. Du meinst, er hat so eine cremefarbige Eierschalen-ähnliche Hautfarbe? Ja! Er ist so hellbar, er ist ein Weißer. Ich bin verraten. Was soll der Schwachsinn, er ist weiß? Klopp, klopp. Es ist Hal Jackson. Hier ist Hal Jackson von Jackson Motors. Du meinst diesen Schleimer im Fernsehen, der immer Fliecher dabei hat? Und das ist Larry. Mit Hell fährt man schnell. Das ist mein Dad. Nein, das ist keine Verwechslung. Eine Verwechslung ist, wenn man Hamburger bestellt und Cheeseburger kriegt. Ich wette um 100 Dollar, dass ich den nächsten Kunden breitschlagen werde, der durch diese Tür tritt. Yippie, ich bin Hal Jackson. Aber ich spreche über den schlimmsten Fehler meines Lebens. Wie steht's? Darf ich Ihnen einen ganz besonderen Wunsch erfüllen? Ja, ich hätte gern Ihren Kopf auf dem Tablett. Das wird eine ziemlich harte Verhandlung. Als du mit ihm allein warst, hat er dir irgendwas über mich gesagt? Dass er dich für ein sehr kluges Mädchen hält. Und dann sagt er noch, dass er dich wahnsinnig hübsch findet. Das ist cool. Na doch, ich lese schwarze Schriftsteller. Ein Buch von Walt Chamberlain hat mein Leben verändert. Jo, da steht ein Weißer vor der Tür. Sag, sie soll an Mitternacht zurück sein. Du lieferst sie um Mitternacht wieder ab. Ja! Ja!